Die Firmen-ABC-Redaktion empfiehlt folgendes Unternehmen. Wer außerhalb von Wien gemütlich einkehren und wahre Gastfreundschaft erleben möchte, sollte unbedingt im Naso Sox in Lab im Walde vorbeischauen. Das Lokal befindet sich direkt am Stadtrand und ist zugleich ein beliebter Nahversorger, da zum Gastronomiebetrieb auch ein eigener Lebensmittelhandel gehört. Dieser punktet mit seinem vielfältigen Warnangebot und ist schon frühmorgens für Sie geöffnet. Die Lokalgäste erwarten verschiedenste alkoholische und nicht-alkoholische Getränke sowie köstlicher Tee und Kaffee. Wer hungrig ist, bekommt hier köstliche Snacks und kann diese in den gemütlich eingerichteten Gasträumen genießen. In der warmen Jahreszeit lädt ein wunderschön gestalteter Außenbereich zum entspannten Verweilen ein. Die Gastwirtschaft punktet mit angenehmer Atmosphäre und einem besonders freundlichen Team, welches sich aufmerksam um die Besucher jeden Alters kümmert. Naso Sox – stets einen Besuch wert!